Im Moment die Säulen und der Turm der Beleuchtete und die anderen Turme, die gehören zum Wiener Rathaus. Und dieser Park ist immer sehr gut geeignet, also links auf, bevor, für zum Beispiel jetzt war, hier das Gehützschutz-Contest. Vorher ist der Live-Ball hier über die Bühne gegangen und ging über das Beleuchtete der Rathplatte. Und das schön beleuchtete rechts, das ist Audheim-Ballet, das ist das Kempinski-Hotel jetzt drinnen. Und das ist jetzt rechts, das ist jetzt alles das Kempinski-Hansen, verdeckt von den Bäumen, aber sonst, das ist der Rathal-Ballet, also das ist der Röstelbrater der Vergnügung. Das ist das Kempinski-Hansen, sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020